und damit willkommen bei einem weiteren spiel zum sonntag heute passt auf die west showdown ein zuschauerwunsch das erste was mir auffällt wenn man das spiel im vollbild spielt dann hat plankton keine beine das soll man auch eigentlich gar nicht sehen die sind extra bereich ich hoffe ich kann alles ins video einbauen ich weiß nicht wenn das dauert also mit dem haus und herbewegen ich heiße das ja schon im intro und das macht ich weiß nicht ob ich das richtig machen okay gut ist das jetzt wirklich eine ansammlung von mini spielen click and match wie soll ich das denn schaffen dann will ich niemals hinkriegen das ist ja fantastisch also ich habe dreimal plankton gewonnen darf noch mal ich musste wirklich schaffen derzeit der großartig ich kann sowas gar nicht jetzt dreht sich ja nicht mal super schnell aber trotzdem nicht zum kacke dafür weil ich mich nicht angestrengt habe ich muss mich nicht verkackt habe ich aber einfach so kacke war ja wenn ich schäge also wieder hin und her der muss in die Hand nehmen Pestel in die Hand nehmen und dann gedrückt halten und hin und her wackeln ich sehe da aber 10 Stück, ich weiß nicht hä? ich sehe da halt auf der Tafel 10 Stück ich dachte ich muss jetzt 10 schaffen ihr Mensch das läuft ja gut oh scheiße shoot ich rass gleich aus throw yeah noch mehr Seepferdchen das schaffe ich aber komm also ich ja, ich treffe eigentlich oh, dankeschön kann natürlich sein dass hier wieder pull wie mach ich das? ich hätte vielleicht mal genauer gucken ob ich die Steuers drücken oder was? wo einfach nur immer wieder drücken immer wieder drücken oh komm rein hier mystery oh mystery da ey also ich kann es wieder darauf schieben dass es vielleicht ähm mit Flash zusammenhängt dass manche Spiele nicht so funktionieren so wie immer wenn ich scheiße bin aber schauen wir mal wir haben das Spiel von Level 1 vielleicht wieder holen sich jetzt schon das würde bedeuten ich habe alles wichtige untergebracht im Video und so sieht es auch aus nice ich hatte schon Angst denn ich muss gestehen ich habe ein YouTube Video gesehen also jetzt nicht angeguckt sondern nur das Thumbnau und die Videolänge das 23 Minuten ging und ich hatte wirklich die Sorge dass das dann so lange dauert wenn ich alles drin habe ja ich bin zu kack also ich weiß man muss halt abschätzen sobald das Symbol in der Seemstelle nochmal ist dann soll man drücken aber ich kann mich nicht konzentrieren wenn ich gleich für die Spreche ja ok machen wir nochmal weil hat er gepasst machen wir aber nochmal von Anfang an hier oh es ist ja mit 1 das hier ist das jetzt Zufall weil ich das einmal verloren habe bei dem Level davor und dann wäre das die logisch das nächste kann sein ja weiß ich nicht ich fand mich eigentlich nicht so schlecht das war aber null Punkte keep dreaming aber auch nö es ist wirklich Zufall ok ok jetzt muss ich mich einfach mal konzentrieren und zwar folgendes wenn Plank von unten ja das war schon falsch ich kann es überhaupt nicht ich bin wirklich zu scheiße dafür ok das war Zufall ja nice ey das ist übelst schwer übrigens was ich auch nicht gezeigt habe wahrscheinlich da oben außerhalb des sichtbaren Bereiche sieht man schon wieder die Rollen einfach dann Flee ja das spiele ich jetzt auch zum vierten Mal glaube ich oder weil ich mich jetzt nicht ja ne na negativ noch das zweite Mal ne das dritte Mal es ist ja auch nur Glück ob ich treffe oder nicht jetzt weiß ich ja worauf ich zielen muss und kriege es besser hin ob ich mir Punkte kriege wenn ich öfter hintereinander treffe ja das habe ich ja auch nicht kapiert ich bin jetzt einfach nur dieses eine ding die ganze zeit schüttelt oder was obwohl der zählen an der tafel sind weil selbst als ich das eine mal losgelassen habe natürlich schon lange geschüttelt habe ist sie auf den kopf geflogen ich schicke es nicht ich wollte das immer noch falsch muss wirklich zehn stück machen oder aber ich war ja ich stehe noch nicht warum ich das verkacke ich kann in der einen folge nicht mal einen strohhalm bewegen aber das gucke ich hin so dieses seepferdchen da reinzuziehen der spongebot stärke variiert in der schau jedes mal je nachdem wie die machen das brauchen für den zähne das verstehe ich auch noch nicht also das kapiert überhaupt nicht wie ich meine maus überlegen muss dass ich das überlebe so gegen ich verstehe es nicht immer so ab der hälfte ungefähr ab der hälfte die nicht runter noch eine los geht's wenn der geld schein ja keine ahnung ist viel zu schnell für mich und das einzuschätzen weil ich drücken muss ja ich werde das nicht einmal schaffen nicht ein einziges mal durch einfach ganz schnell ach man mein gott ich hasse dieses spiel ich mag die badges die man hier gewinnen kann your grandpa would be so proud ja komm einmal kann man noch oder ja locker ich habe gerade gesehen auf so acht minuten glaube ich ungefähr ich habe die schleife er hat auch schon mal geschafft hier mit schnürsenkel mich so zu verknoten alles andere geschossen aha warum hat das letzte mal ich schwöre das einmal habe ich doch ganz dann losgelassen trotzdem auf den kopf geflogen weil das denn zu lang oder was das hat perfekt geklappt das schädliche gar nicht aber gut so dass hier verstehe wo ich die maus wann haben muss dass ich nicht und dafür keine ahnung die maus haben weil ich das rechtlich meine ja das kriegen wir wieder hin hier so Louis ich bin ein echter Country Boy äh scheiße ja doch einfach die ganze zeit irgendwie rennen drücken der mutter schon ja mein Lieblingsspiel alles gleichzeitig zu stehen bringen wenn da oben also ich muss hier einfach glück haben keine augenbrauen ich werde irritiert hat der kinder sind aber irgendwas hat mich an den seinen hat gestört trotzdem ich sehe übrigens auch gerade bei mir wieder auslösen das difficulty 135 dankeschön das ist mir angezeigt wird hier wie schwer das gerade ist das ist jetzt zu wenig ja 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 ich sag nicht weiß dass wir die bewegung des fonds aber du bist sehr erfahren das kann man schon mal sagen so wie das aussieht ja und das war's weil ich jetzt wieder nicht weiß wo meine maus zu sein hat vielleicht muss ich die ganze hin und her wackeln oder so also so richtig schnell hin und her wackeln und nicht irgendwie ich mag mich immer noch drei batches nicht weil ich die spiele gar nicht kann ja das mit dem hut habe ich doch schon mal geschafft sich mit dem hut noch nicht hier habe ich den hut aber bei dem anderen nicht ich halte wie lustig ich halte wie lustig ja ok komm einmal noch so und das soll es rein ganz ehrlich man muss ja nicht übertreiben ach so ja ich sollte vielleicht mal anfangen ach man ich hasse dieses spiel ich kann es wirklich nicht also selbst wenn ich richtig probiere das zu machen geht es nicht ich habe kein gefühl dafür ach guck mal hier das glänzigen ist dann auf der rechten seite was soll ich denn und da stehen sie sich krieche mehr punkte jetzt ich will das anschließend werden dürfen wir haben ja ach komm das fehlt nicht mehr ich hab aber ihr vernet die für kürt die hundern sechs prozent übrigens nicht nochmal extra 1 aber ich feiere das nicht dass wir wie schwer das kann ich hab den Zug schon vorher zu sehen war jetzt aber schnell und das ist so einfach ja next gehen wir auch wieder hin einfach mal ein paar mal hin klicken okay vielleicht soll ich doch ein bisschen warten ach nö was muss ich hier machen das werde ich niemals begreifen das Spiel ich hasse das Spiel ich hasse es rein hier was andere wird einfach starr stehen ohne sich minimal zu bewegen ok das wäre jetzt ein bisschen wenn ich das einmal schaffen will komm ich gebe mir mal richtig Mühe jetzt sobald die Kirche da ist wirklich du hast ja auch nicht so viel Zeit das nochmal zu probieren dann wenn du es einmal wirklich abgewartet hast und es nicht schafft ist vorbei ich konnte nicht mal mit dem dritten Geldschein versuchen zu stoppen weil er die Zeit vorbei war Leute Leute wirst die ganze Zeit hier mit dich und schießt einfach nur auf das leere Regal da ok das ist ja easy ich hab einen exploit gefunden ja ich hab ja auch unwertlich Militionen bevor wir das machen ja ich hab ja auch unwertlich Militionen bevor wir das machen ja gut job ja du 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 checken checken yeah checken checken yeah das ist auch super leicht ich verstehe nicht wie manche spiele so einfach sind andere so schwer ja ich mag auch dass da neun stellen sind in den score ich werde aber nicht mal siebenstellig also könnt ihr vergessen difficulty 150% und jetzt kommt wieder über wenn ich kann oder das kriege ich noch hin also vermutlich aber wenn ich muss jetzt ja oh 100001 ja und das war's ist das mein letztes Leben weiß ich grad nicht aber befürchte wird so sein doch das soll man tatsächlich so machen OManononononono Fuck you fuck you fuck you fuck you ... Ich hab's dann einigermachen rausgeholt, weiter oder was mit Machen, Schauer ist egal das war's mit dieser initial Folge bis zum nächsten Mal Ciao